Was haben ein Ziegelstein und eine VR-Brille miteinander zu tun? Passen die überhaupt zusammen? Willkommen an der Fakultät für Architektur und Bauwesen der Hochschule Karlsruhe. Mit den Studiengängen Architektur, Bauingenieurwesen, Baumanagement und Baubetrieb sowie Umweltingenieurwesen Bau. Analoge Pläne und Modelle sind immer noch fester Bestandteil im Baugewerbe, aber die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten. Digitale Gebäudemodelle erleichtern die Visualisierung. Digitale Prozesse wie Building Information Modeling, kurz BIM, erleichtern die Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten Abteilungen. Von der ersten Planungsphase über den eigentlichen Bau und die Instandhaltung bis hin zum Rückbau eines Gebäudes. Der ganze Lebenszyklus wird so digital begleitet. Ein Software-Tool alleine baut aber dennoch kein Gebäude. Das Wissen um verwendete Materialien oder die Kenntnis der Bauphysik bleiben nach wie vor wichtiger Bestandteil des Studiums. Analoges Wissen und digitale Möglichkeiten greifen ineinander und ergänzen sich. Die Digitalisierung hat natürlich auch für den Bauwesen nicht Halt gemacht. Wir haben in den letzten Jahren dort große Meilensteine erleben dürfen. Wichtig ist uns allerdings, dass die Grundlagen in der Physik, in der Mechanik, in der Mathematik auch weiteren gelehrt werden. Die Digitalisierung ist für uns Mittel zum Zweck. Sie hilft uns beim Verständnis der Grundlagen, sie hilft uns bei der Anwendung der Grundlagen und schafft dadurch auch neue Dimensionen. Zusammen mit den Grundlagen und unseren klassischen ingenieurwissenschaftlichen Ausbildungsinhalten schafft die Digitalisierung eine zukunftsorientierte, fundierte Ausbildung für das Bauwesen. Im Rahmen unseres Studiums gab es eine Grundaussage, die da lautet, ein Mangel an Kommunikation ist tödlich. Und diesen Mangel haben wir uns gewidmet und gesagt, wir gründen eine eigene Firma als Brut dieses Hauses, dieser Hochschule und haben eine Firma gegründet, die es möglich macht, Gebäude vorab virtuell zu begehen, in seiner Gänze zu bemustern, zu erleben und zu erfahren und zu wissen, für was man als Endkunde sein Geld später ausgeht. Wir sehen unsere Firma als festen Bestandteil des BIM-Prozesses und bieten durch unsere Visualisierung allen am Projekt Beteiligten, so dem Architekten, dem Statiker, aber auch dem Bauherrn die Möglichkeit, seine Immobilie so früh wie möglich zu erleben, die Planung zu beschleunigen, sie effizienter zu gestalten und das Bauvorhaben schnellstmöglich abwickeln zu können. Klar passen die zusammen. Verbinde mit uns Tradition und Zukunft. Werde ein Teil davon. Komm und studiere bei uns.